Kompakt, flexibel und stark. Raupen-Teleskopkrane werden immer beliebter. Und Senebogen bietet das weltweit umfangreichste Sortiment. Wir erweitern diese Baureihe erneut und bringen jetzt ein weiteres Highlight für Sie auf den Markt. Herzlich willkommen zur Premiere des neuen 100-Tonnen-Raupen-Teleskopkrans von Senebogen. Mein Name ist Felix Ulig und ich freue mich Ihnen heute die neueste Kran-Innovation aus dem Hause Senebogen vorstellen zu dürfen, den 100-Tonner 6103E. Seien Sie gespannt. Der 6103 ist das neueste Flaggschiff unserer innovativen Raupen-Telekran-Serie. Denn er bewegt wahrhaft Großes, dank starker 100-Tonnen-Traglast. Mit seiner Auslegerlänge von rund 62 Metern und dem geländegängigen Raupenfahrwerk ist er obendrein sehr vielseitig einsetzbar. Und mit modernster Sicherheits- und Antriebstechnik gemäß Emissionsstufe 5 arbeiten Sie zudem sicher, effektiv und umweltschonend. Sie sehen, für alle Einsätze, die sowohl hohe Traglasten als auch Pick-and-Carry-Fähigkeiten erfordern, sind Sie mit diesem Raupen-Teleskopkran bestens gerüstet. Sei es Beton-Fertigteil-Montage, Infrastrukturprojekte oder im Spezial-Tiefbau. Und mit seinen kompakten Abmessungen transportieren Sie die Maschine einfach und kostengünstig. Das heißt für Sie, mit dem Senebogen 6103E erhalten Sie für Ihre Unternehmung die gelungene Kombination aus herausragender Leistung und maximaler Flexibilität. Lassen Sie uns direkt einen Blick auf den Transport werfen. Sie haben die Wahl ausgleichen mehreren Transportmöglichkeiten, so wie es am besten für Sie passt. Sie können den Kran einerseits als komplette Einheit auf dem Tieflader platzieren und zum Einsatzort fahren. Einfach abladen, sofort loslegen und dadurch wertvolle Zeit gewinnen. Oder Sie demontieren die Laufwerke und den Ballast und reduzieren damit die Gesamtbreite auf kompakte 3 Meter. Auf diese Weise transportieren Sie die Maschine ganz unkompliziert mit einem Standard-Tieflader und sparen dabei bares Geld. Auf der Baustelle angekommen, montiert sich der Kran komplett eigenständig. Dank des innovativen Selbstmontagesystems bleiben Sie autark. Und bereits nach kurzer Zeit sind Sie und Ihre Maschine einsatzbereit, effektiv und kostengünstig. Auch das Thema Sicherheit wird bei 96103E großgeschrieben. Das praxisnahe Sicherheitskonzept unterstützt und schützt Sie tagtäglich bei Ihrer Arbeit. Hierzu zählen, ein perfekt ausgeleuchteter Arbeitsbereich. Robust gebaute Geländer, Laufstege und Trittroste mit Haltegriffen an den relevanten Punkten. Die serienmäßige Kameraüberwachung des Rückraums und zur rechten Seite, die Ihren Blick rund um die Maschine vollendet. Und das Steuerungssystem Sencon, das dem Fahrer alle relevanten Informationen und Handlungsmöglichkeiten aufzeigt und ihn so bei seiner Arbeit mit der Maschine aktiv unterstützt. Sämtliche Komponenten und Materialien sind von höchster Qualität und Langlebigkeit, was zur gewohnten Wertstabilität auch bei dieser Sennebogenmaschine führt. Stichwort Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Wir setzen auf eine umweltfreundliche Motorentechnologie. Der verbaute 186 kW leistungsstarke Motor mit 6,7 Litern Hubraum erfüllt die Normen gemäß Emissionsstufe 5. Darüber hinaus können Sie für die Hydraulik umweltverträgliche Bioöle verwenden als aktiver Beitrag zum Umweltschutz. Eine wichtige Frage für jeden Kranfahrer. Was macht für Sie den perfekten Arbeitsplatz auf der Baustelle aus? Dazu stelle ich Ihnen unsere bewährte MaxCap vor. Sie setzt unerreichte Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Komfort. Und das beginnt bereits beim Einstieg. Damit Sie komfortabel und sicher an Ihren Arbeitsplatz gelangen, verfügt die MaxCap über eine besonders breite Schiebetür sowie stabile Trittroste. In der Kabine angekommen erwarten Sie der rückenschonende Komfortsitz, ergonomische Bedienelemente sowie ein modernes Heizklimasystem. Außerdem ist sie exzellent schallgedämmt. Einem entspannten und produktiven Arbeiten steht nichts mehr im Wege. Ebenso vorteilhaft für Gesundheit und Sicherheit die serienmäßig um 20 Grad neigbare Kabine ermöglicht einen direkten Blickkontakt zur Last. Große Seiten und Dachfenster bieten eine perfekte Panoramasicht. Kameras erweitern Ihr Sichtfeld seitlich und hinter die Maschine. So entgeht Ihnen nichts, was im direkten Umfeld passiert. Für Ihr Entertainment ist ebenfalls gesorgt, dank Radio mit Bluetooth-Funktion. Hier bestimmen Sie, was läuft. Und nützliche Ablageflächen und Stauraum lassen Sie alles Wichtige dabei haben und es bleibt aufgeräumt in Ihrem Wohnzimmer. Klingt nach dem besten Arbeitsplatz auf der Baustelle. Finden Sie nicht? Ein weiteres Highlight in Sachen Einfachheit und Leistungsstärke ist das Teleskopiersystem mit Pinboom. Denn hier wird Ihnen die Bedienung besonders leicht gemacht. Welche Vorteile der Pinboom hat, verrät uns jetzt einer unserer weltweit ansässigen Produktexperten und Servicepartner Lars Holzey. Hallo Lars. Hallo Felix. Lars, verrate uns doch mal, was sind die Vorteile des Teleskopierens mit Pinboom? Das leistungsstarke Einzillinder-Teleskopiersystem sorgt dafür, dass der Ausleger über das gesamte Arbeitsbereich besonders leicht und stabil ist. Selbst bei weiten Ausladungen und langen Auslegerlängen werden hohe Traglasten erreicht. Mit dem Pinboom des 6103 kann es zum Beispiel bei 6 Meter Radius 65 Tonnen heben. Das macht ihn besonders geeignet für den schweren Pick-and-Carry-Einsatz und es sind 12 Prozent mehr als bei vergleichbaren Kranen. Und wie sieht es mit der Bedienung aus? Die Bedienung Felix funktioniert einfach und intuitiv. Einfach den passenden Extend-Mode wählen und dann durch die Bewegung des Joysticks die gewünschte Auslegerlänge anfahren. Fertig. Das automatische Steuerungssystem übernimmt für dich alle Verriegelungsvorgänge und Geschwindigkeitsanpassungen. Die Last wird mit der hohen Windenzugkraft von 100 Kilo Newton und einer Geschwindigkeit von 125 Meter pro Minute quasi in die Höhe geschleudert. Und was ist, wenn ich dann erst merke, dass ich noch mehr Auslegerlänge benötige? Gar kein Problem. Das gewählte Teleskop-Element kann auch unter Last weiter ausgefahren werden. Das klingt super spannend, Lars. Vielen Dank. Und wer noch mehr zur Funktion des Pin-Boom-Teleskopiersystems erfahren möchte, der findet auf unserer 6103-Produktseite einen ausführlichen Clip dazu. Schauen Sie gerne mal rein. Der Hauptausleger allein reicht Ihnen nicht? Sie wollen die Reichweite des Krans erhöhen? Auch das kein Problem. Sie verfügen beim 6103-E nicht nur über eine große Anzahl an optionalen Ausrüstungen. Auch das Umrüsten der Auslegeroptionen geht unkompliziert und schnell. Bei nicht Gebrauch der Ausrüstung parken und verriegeln Sie diese am Grundausleger. Ein Feature, das Ihnen große Flexibilität auf der Baustelle bietet. Innerhalb kürzester Zeit und ohne Hilfsgeräte können Sie somit die Reichweite des Krans erhöhen. Nach dem Anbau einfach die neue Betriebsart anwählen und die Traglast wird automatisch in der Lastmomentbegrenzung angepasst. Begeisternd werden Sie außerdem auch die hervorragenden Fahreigenschaften des 100 Tonnen Raupentelekrans. Denn Offroad fühlt sich der 6103 ganz wie zu Hause. Vor allem im Pick-and-Carry-Einsatz. Dabei ist die Manövrierfähigkeit mit den robusten Raupenfahrwerken einzigartig. Aber sehen Sie selbst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kommen wir zur Technik. Und bei der gilt bei uns das Prinzip Keep it Simple. Ganz nach diesem Motto setzt Sennebogen auf Hydraulik und Elektrik, wo Elektronik keinen Mehrwert bringt. Wir machen Sie glücklich, nicht abhängig. Mit kostengünstigen Bauteilen und wenigen Handgriffen setzen Sie Ihre Maschine selbst instand und erhöhen damit Ihre Maschinenverfügbarkeit. Auch Maschinendiagnosen und Wartungsarbeiten führen Sie in vielen Fällen einfach selber durch. Denn mit der klaren Anordnung und Kennzeichnung der Bauteile finden Sie sich sofort zurecht. Die Komponenten sind leicht zugänglich, schnell identifiziert und Ersatzteile einfach bestellt. Und im Servicefall profitieren Sie von unserem umfangreichen Händlernetz weltweit. Ich verspreche Ihnen, Sie und Ihre Mitarbeiter werden diese Maschine lieben. Profitieren auch Sie von der Flexibilität, Leistung und Zuverlässigkeit des 6103e. Nicht zu vergessen der außergewöhnliche Fahrerkomfort. Lassen Sie sich überzeugen vom flexibelsten Krankonzept von Sennebogen, dem Raupen-Telekran. Das neue 100 Tonnen Kraftpaket wird Sie begeistern. Unsere 180 Vertriebspartner weltweit oder wir selbst beraten Sie gerne im Detail und beantworten Ihnen jede Frage zu unserem oder Ihrem neuen Sennebogen 6103e. In diesem Sinne, let's move big things! MKweise Local 2 行 5 4 Ich violations